Alles was hier stattfindet und die Beispiele von Ihnen sind auch im HANIEL-Seminar. Ich teile das europäische Programm des HANIEL-Forgership in New Memphis. Eine aus langer Verrücktenheit zwischen der HANIEL-Stiftung und der HSG herausgewachsenes Programm. Und die HANIEL-Seminare mit ihrem Fokus auf Handlungskompetenz, Gesundheitskompetenz, kulturelle Kompetenz. Ich selbst, Thimo Meinhard, lehre an der Universität Seigal in Leipzig. Für diesen Themen habe ich mich seit einigen Jahren vertraut und in der Gemeinwohlforschung projektiv. Für mich ist es eine besondere Ehre, hier heute mit den Kollegen gemeinsam dieses Pultum beschreiben zu dürfen. Alles was der Staat tut, soll über eine Wirkung legitimiert sein. Diese Wirkung, die soll das Gemeinwohl fördern. Aber auch die Wirkung wird politisch definiert. Ja, was ist denn das Gemeinwohl? Eines ist es garantiert. Nämlich so etwas wie ein Maßstab. Gemeinwohl ist der Gegenbegriff zum Eigeninteresse. Wenn es den Begriff nicht gäbe, man müsste ihn wirklich erfinden und schon nur deshalb, weil so wage er sein mag. Er ist unversichtbare Grundkategorie jeder Sozialtheorie. Gemeinwohl ist keine metaphysische Götze. Gemeinwohl ist tatsächlich etwas, das sich mit dem Wandel der Lebensverhältnisse, den sozialen und kulturellen Lebensformen auch verändert. Ich glaube, es gibt sehr subjektive Gemeinwohlvorstellungen und die aggregieren sich, also nicht nach der Logik der Aggregation, wenn er zu einem gesellschaftlichen Gemeinwohlbegriff dann als Maßstab gehen kann. Deswegen glaube ich, bleibt dieser Begriff notwendig diffus und er ist insofern sozusagen eine Konstruktion, als man ihn auch jeweils anders ausdeuten kann. Bei Gemeinwohl gehen alle anders und alle beteiligt. Gemeinwohl ist nur im Auge des Betrachters existent. Wenn es gelingt, Bilder zu erzeugen, die als Gemeinwohl verträglich wahrgenommen werden, erst was in den Köpfen und Herzen der Menschen ankommt und es wirklich zu formulieren, gilt als Gemeinwohl verträglich. Ich würde schon denken, dass es gegenwärtig um die Möglichkeiten an der gemeinsamen Definition des Gemeinwohls tatsächlich politisch teilzuhaben, dass diese Möglichkeiten nicht besonders ausgeträgt sind. Aber Gemeinwohl ist auch, wenn es das Ergebnis eines offenen Diskurses ist, ist es fast definitionsgemäß kein Maximum einer Gruppe, einer Gesellschaft. Jeder muss Kompromisse eingeben auf diesem Weg zu einer gemeinsamen Vorstellung von Gemeinwohl. Das ist nichts Fixes. Das ist heute mal so und in zehn Jahren kann das wieder anders definieren. Das ist eine Evolution. Das unglaublich wertvoll an der ganzen Geschichte ist, wenn wir eine Gesellschaft haben, die solche Diskurse überhaupt leisten kann. Offensichtlich wahr ist so etwas wie ein Gemeinwohlbewusstsein, so unbestimmt und ungeklärt es sein mag, ist ganz offensichtlich wahrhaft. Das, was Sie zu Recht anmahnen, dass wir uns ganz konkret darüber im Klaren sind, was für uns Gemeinwohl heißen soll. Dafür bedarf es Beutagungsmaßstellen. Wie bringen wir diesen multirationalen Diskurs in den Unternehmern ein? So, das Titel heute heißt der Measuring Public Values. Sie machen sich auch das Mächsten so ungemein schwierig. Was Mächste ich denn, wenn die Referenzgröße ist? Hat er das gemäßt, dass man sich für die Unternehmung und das gemäßt, dass man sich für die Unternehmung, und das gemäßt, dass man sich für die Unternehmung tätig anwerfen und miteinander im Diskurs steht? Die Gemeinwohl ist nur im Auge des Vertragsverhältnisses selbst. Wenn es gelingt, Bilder zu erzeugen, die als gemeinwohltes Recht wahrgenommen werden, das ist natürlich sehr kompliziert. Die Rechte sind immer bei der Basis. Aber am Ende des Tages muss da irgendjemand ankommt, muss gemerkt werden, muss gespürt werden. Erst, was in den Köpfen, im Herzen der Menschen ankommt, um es wirklich zu formulieren, ist als gemeinwohltes Recht im Umlauf. Das heißt, die große Diskussion, die ich in Unternehmer erlebe, man macht sich da sehr viele Nachwesensfragen. Wie kommt man auf der Motive? Die große Frage ist, wie liebt man diese Riesenflucht, den Kram, zwischen dem, was man tut, von der man überzeugt ist, dass es gemeinwohltes Recht ist, Novartisch darauf große Programme in Afrika, Roche, Netzwerke ist von sich überzeugt, Lehmann macht große Programme. Man hat dann zu drücken, die heißen dann CSR. Ich glaube, die soziologische Wahrnehmung ist, dass ich immer die Gefahr sehe, schon dieser Zweigleisigkeit. Ich meine, die ja auch angelegt ist. Also Unternehmen folgen erstmal einer ökonomischen Rationalität, würde ich sagen. Egal, ob Nestle oder Ziva oder wer auch immer. Das ist klar. Und die Frage für mich empirisch wäre, in welchem Verhältnis steht tatsächlich dann eine Public-Value-Diskussion und Strategie eines Unternehmens zu dieser ökonomischen Rationalität. Und da würde ich mich anschauen. Die Frage wäre, ist das reine Legitimationsstrategie? Das macht den Inhalt womöglich nicht falsch. Aber dann wäre sie trotzdem anders zu bewerten, als wenn so eine Public-Value-Strategie sozusagen einsicker tatsächlich ins Kerngeschäft. Dann ist aber die Frage, bis wann ist dann ein Unternehmen noch ein Unternehmen? Also ein Marktakteur, der Profite generieren muss und das in jeder Periode wieder und der womöglich gegenwärtig auch unter der Herausforderung steht, ständig mehr Rendite zu produzieren, je nachdem, in welchem Feld er tätig ist. Also das wäre die Frage, wie kann man erstens feststellen, ob das eine sozusagen einfach parallel geführt wird und die eigentliche Unternehmens-Rationalität gar nicht berührt. Und tatsächlich zu denken, dass das eben auch die Welt auch verändert, das würde ich mir wünschen, denn Datenmanagement und Sprache vorhanden wäre, um überhaupt das zu thematisieren. Da kann man sagen, die kreative Zerstörung aller Schubreder kann sich auch nicht als Gemeinwohl denken, sonst bleiben wir immer, wo wir stehen. Man muss auch mal nach vorne gehen und Rebelles Dinge verändern und gucken mal drauf schon. Aber das, was im Moment auf dem Spiel steht, in der Medizintechnik, in der Organisierungsbereich und 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 und, ist eine ganze Menge mehr und so nach meinem Ziel halten, in unserer Gesellschaft so kraftvoll zu ändern, dass die Generalisierung des 4.0 Unternehmensverhältnissen in einer Weise trägt, das kann sich der Staat gar nicht vorstellen. Da passiert viel mehr Verhältnissteuerung und Verhaltenssteuerung durch die Wirtschaft und viel mehr Gemeinwohner gemacht, als wir uns vorstellen können. Mein Wunsch wäre, wenn man fraglich kommt, dass man das mitdenkt. Tendenziell scheint es mir schon zu sein, dass von Verhältnissteuerung abgelassen wird und zunehmend auf Verhaltenssteuerung gesetzt wird. Nämlich, dass man Ansatz daran, es sind die Subjekte, die das Soziale produzieren sollen. Und ich sehe so eine Ersetzung der Verhältnissteuerung durch die Verhaltenssteuerung. Verhalten ist ja für uns über lange Zeit eigentlich geprägt gewesen durch Tradition. In der Tradition wusste man viele Dinge ja gar nicht über die Gesetze regeln. Das fällt ja alles weg. Wir haben jetzt die absolute Freiheit. Letztlich kommen wir gar nicht darum herum, uns zu einem Referenzmaßstab durchzubringen durch politische und soziale Diskurse. Wie definieren wir dieses Gemeinwohl? Wir kommen eigentlich nur dahin, indem wir immer wieder diesen Diskurs führen, immer wieder für jede einzelne Aufgabe, immer wieder neu definieren, was ist eigentlich genau das, was wir als Gesellschaft haben wollen. Und daraus leitet sich dann lässig das Gemeinwohl. Ob all das, was Sie hier beschrieben haben, nun tatsächlich ein Beitrag zum Gemeinwohl ist, das ist ja nicht eine Beurteilung, die gleichsam noch aus der Effizienz dieser Massnahmen heraus geschieht, sondern da braucht es einen vorausgesetzten Massstab, nämlich eine und sei es nur intuitive Vorstellung davon, was Gemeinwohl sein soll. Und jetzt müssen wir dieses Gemeinsam mitnehmen. So, wir bekommen auch eine Abitur. Vielen Dank.